Hallo und herzlich willkommen zu BALUS UI Exhauses Raid Tools, heute mein Add-on. Und ich habe es aufgerufen, ich will keinen kompletten Guide dazu machen, das ist vielleicht irgendwann mal an anderer Stelle. Ich kenne und nutze aber auch nur einen Bruchteil der Funktionen von ERT oder Exhauses Raid Tools. Allgemein ein Tool, das alle möglichen Dinge im Rahmen von, daher auch der Name Raids, vereinfacht kann. Von Raid Cooldowns, die man sich anzeigen lassen kann, das habe ich zum Beispiel gemacht, wenn ich Heiler gespielt hatte und ich sehen konnte, wer gerade sein Heil-CD frei hat oder wann der vom Cooldown kommt. Ja, wenn der Monk gerade noch zwei Sekunden CD auf Revival hat und alle halbe HP haben, brauche ich Trank nicht ziehen. BattleRest Monitor, ich weiß gar nicht, Raid Inspect, das sind so Sachen, die habe ich alle irgendwie nie benutzt. Die Notes habe ich teilweise benutzt von ERT, beziehungsweise unsere Gildenleitung, glaube ich, hat die auch benutzt von ERT, um den Leuten halt, ja zum Beispiel eine Strategie für den Kampf oder auch eine Einteilung für den Kampf sagen zu können und so weiter und so fort. Aber es gibt eine ganze Menge, Who Pulled? Auch interessant, damit man sehen kann, wer es verbockt hat. So wissen wir zum Beispiel in unserem Zuschauer-Raid immer, wenn einer von euch gepullt hat, wer es gewesen ist, ohne in den Kampflogs nachgucken zu müssen. Ja, ERT, viele von euch, die es brauchen, werden es bestimmt schon drauf haben und diejenigen, die nicht aktiv raiden, ich glaube, die brauchen es auch nicht unbedingt. Ich glaube, es hat noch eine Auto-Invide-Funktion, wo mir spontan nichts anderes einfällt. Gutes Tool, ERT in diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Balo. EINVN